Das Live-Event steht vor der Tür, die Sanduhr in Fortnite ist da bei Olympus. Und viele von euch da draußen fragen sich, was passieren wird, wenn die Sanduhr den letzten Korn auslöst. Deswegen gibt es heute die 60-Sekunden-Sanduhr-Challenge. Sobald ich die Uhr berührt habe, gehen 60 Sekunden los, in der ich Zeit habe, meinen Loot zu finden. Und nach der Zeit darf ich keine Heilung mehr benutzen. Das alles und was bei einem Live-Event passieren wird, sage ich dir jetzt. Lass ein Like da, wenn du dich drauf freust, abonnier den Kanal und trag gerne meinen Creator-Code Braxys-YT ein. Hier befindet sich die heilige Sanduhr und einige von euch kennen sie sicherlich wahrscheinlich noch nicht. Deswegen zeige ich sie dir gleich. Oh mein Gott. Sobald ich die Sanduhr hier gleich berührt habe, habe ich nur 60 Sekunden Zeit zu looten. Hier ist die Sanduhr. Schaut sie euch an. Da kommt so ein bisschen Feuer, glaube ich, raus, oder? Oh mein Gott, Alter. Viele spekulieren, was hier passieren wird. Ich glaube, es wird hier eine riesen Explosion geben. Was ist denn hier los? Los gehen! Das ist meine Sanduhr. Ha, du dumm Kopf. Okay, Freunde. Ich muss sie einmal... Was machst du jetzt, hä? Okay. So. Ich muss sie jetzt einmal berühren. Zack, 60 Sekunden laufen. Ihr seht die Sanduhr mit der Zeit oben rechts. Und ich muss schnell looten. Oh mein Gott, hier muss es doch irgendwo noch Kisten geben. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche guten Loot gerade. Und Heilung. Oh mein Gott, das fängt schon gut an. Nur grauen Loot. Hier steppt doch noch einer. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Okay. Verflucht und zugenäht. Er hat nur eine Pistel? Das nehme ich auch mit. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier muss es doch irgendwo noch Kisten geben. Oh, das ist eine blaue. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Noch mehr Heilung. Ich brauche Heilung, bitte. Oh, das macht gerade so viel Druck. Hä, wo ist die? Warte mal, wir haben doch noch eine... Die Gotteskiste. Die ist doch oben. Oh nein, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Schnell, 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 schnell. Die Kiste brauche ich noch. Bitte, bitte, bitte. Und komm schon. Let's go, let's go. Okay, ich darf nicht mehr. Das war es. Oh man, damit muss ich jetzt den epischen Sieg holen. Ihr seht mein Loot. Ist okay, aber ich habe keine Heilung. Okay, Entschuldigung. Hier ist einer. Oh mein Gott, ich habe keine Heilung. Chill mal ein bisschen. Sag mal, bist du alle deppert locker, oder was? Keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Was habe ich gerade gesagt? Deppert locker, Digga? Hä? Oh, was sind meine Augen hier? Eine G-Klasse bei mir. Yeah. Oh, da ist einer auf der Straße. Runter von der Straße. Okay. Wollen wir Freunde sein? Oha. Okay, dann halt nicht. Okay. Oh, da schießt noch einer. Wo bist du? Okay, ja. Das gibt jetzt Ärger. Oh, ey. Hör doch auf, auf meine G-Klasse zu schießen. Ja, das hast du jetzt davon, hä? Oh, ich muss wirklich aufpassen. Ich darf keine Heilung mehr benutzen. Nichts. Gar nichts. Oh, das wird gleich kritischer Hase werden. Da ist einer im Zug. Der will den Loot vor dem Zug haben. Ich muss da drauf. Okay. Fahrkarte. Das ist mir das. Was ist mit meiner Stimme los? Zeigen Sie mir Ihre Fahrkarte bitte einmal. Okay, jetzt reicht es mir. Komm da runter. Es reißt jetzt mit dir. Ja. Wo ist er hin? Hä? Hallo? Ist er auf dem Baum? Midas, komm da runter. Es reicht jetzt mit dir. Wo ist er hin? Was ist hier jetzt? Was? Wo kommst du denn jetzt her? Und da war Midas. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Junge, Junge, Junge. Aua, Aua. Plexus ist sauer. Oha. Okay, Bruder. Chill mal ein bisschen. Ich habe kein Green Life mehr. Hey. Nein. Oh mein... Woher kam der Schuss denn jetzt? Das ist Midas gewesen. Midas. Warum? Wieso? Wir waren doch Freunde. Naja, okay. Ich habe dich angeschossen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn die Sanduhr vorbeigeht, was passieren wird? Es wird wieder ein schwarzes Loch geben. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, diese Sanduhr... Diese Sanduhr wird alles einsaugen. Oh, das geht los. 60 Sekunden. Loot. Ich brauche eine Kiste. Bitte. Eine Kiste. Wenn man euch braucht, ihr seid nicht da. Wenn ich euch nicht brauche... Dann seid ihr da. Hier muss es doch irgendwo Kisten... Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Bitte, bitte, gib mir was Gutes. Ja, okay, okay, okay. Sehr gut. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Oh nein, hier ist ein Gegner. Was willst du denn jetzt hier? Guck, guck. Was holt, was holt, was holt. Junge, bleib mal stehen. Okay, haben wir. Easy. Okay, weiter looten. Ich muss zur Gotteskiste wieder. Ich muss es schaffen. Diesmal schaffe ich es, glaube ich, rechtzeitig. Okay, okay. Gotteskiste. Ich komme. Hier sind Steps. Ich höre Steps. Oh, Medikiste. Sehr gut. Jetzt habe ich zwei Kids zum Heilen. Und wir gehen... Hier kommt einer hoch. Oder? Nein. Da kommt echt einer hoch. Ich muss die Kiste hier aufmachen. Hör doch kurz auf. Danke, schnell. Okay, schnell. Okay, vorbei. Ich darf nicht mehr. Wer hat auf mich geschossen? Schoki. Ich bin voll mit Schoki. Ich bin voll mit Schoki. Joch mich nicht. So. Wir haben zwei Kills. Unser Loot sieht sehr gut aus. Ich nehme nur seine Munition hier. So, perfekt. Und jetzt weiter. Kommt doch einer. Äh, Junge. Warte mal kurz. Hallo? Oh mein Gott. No Skin. Was soll das? No. Ja, ist mir jetzt auch egal. Okay. Drei Kills. Einmal ganz kurz. Ich habe zu viele Minis. Warum auch immer. Er hat gedroppt. Okay. So. Oh. Hä? Was war das? Was passiert hier? Da war eine Wand. Da war eine Wand. Wie zur Hölle hat er durch die Wand? Da war eine Wand. Fortnite. Geht's euch gut? Wie kann er da durchschießen? Und Wiederholung. Ich brauche jetzt hier eine Wiederholung. In Zeitlupe seht ihr, dass die Wand davor war. Da. Habt ihr es gesehen? Wer kann es von euch erklären? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich verstehe das nicht. Okay. Jetzt mache ich alles richtig drauf. Und los geht's. Ich habe jetzt genau eine Minute Zeit. Die Sanduhr läuft. Ihr seht sie rechts. Und auch die Sekundenanzahl. Burger? Einfach der Burger Skin. Hier ist noch einer. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge. Das war... Junge. Ich habe kein Leben mehr. Wie soll ich denn jetzt noch Loot finden? Mann. Okay. Hier ist eine Kiste. Bitte. Gib mir Heil... Nicht mal Heilung gibt er. Nicht mal Heilung gibt er. Okay, Freunde. Wir müssen hier irgendwo noch eine Kiste finden. Hier gibt es doch immer tausende Kisten. Wir gehen zur Gotteskiste. Da... Ich brauche Heilung. Bitte. Ich habe nicht so viel Zeit. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist die letzte Truhe, die ich jetzt finden werde. Okay. Toys. Blitze nehme ich mit. Nehme ich mit. Okay. Nehme ich mit, oder? Ich weiß nicht. Ich... Okay, ich nehme mit. Ja, gut. Damit ist die Zeit vorbei. Ich nehme nur die Munition. A few moments later. Ich darf kein Leben mehr verlieren. Sonst sieht es nicht gut aus für mich. Oh mein Gott. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Wer kommt denn da jetzt? Oh oh. Mein Aim. Die Reise war umsonst pro. Ich sage mal so, wie es ist. Ein Griff ins. Klo. Hey, das hat sich gereimt. Die deutschen Twitch-Streamer wären stolz auf mich. Stimmt's, Leute? Na, zeigen Sie mit anderen nicht auf den Finger. Guck, guck. Guck mal, jetzt will ich auch mit der Pei... Hey, nein. Hey. 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 Oh oh. Oh oh. Das wird eng. Hier sind Gegner. Ich benutze mal meinen Toy-Splitz. Wartet mal kurz. Ach, da ist er. Okay. Natürlich muss da ein Loch sein auf diesem Dach. Überall. Halt. Halt. Stopp. Alles bleibt so, wie es ist. Und es wird sich nichts dran geändert. Rüttelt. Gerüttelt. Ge... Es wird sich nichts ändern. Stimmt's, Markus? Nein, wie heißt der eigentlich? Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Markus heißt der doch, oder? Was, Bruder? Wer kennt ihn von euch? Hier war gerade ein Schuss. Wir gehen rein. Hier waren... Da. Hallo? Mein... Tschüss. Mein Aim ist ja Müll. Wo? Okay. Keine Panik. Okay, mein Aim macht gerade echt Urlaub. Aber wo? In Dubai? Ich freu mich des Grauens auf das Live-Event. Freust du dich auch auf das Live-Event, Deadpool? Und... Irgendwohin. So. Lasst ein Like da, wenn ihr euch auch auf das Live-Event freut. Ich freu mich des Grauens, weil ich werde sogar live gehen, glaube ich. Lasst mal gerne ein Like da, wenn ihr wollt, dass ich live gehe. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es wollt. Also... Ja, je nachdem. Wenn ihr es wollt, dann mach ich's. Ja, mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schochi. Okay, okay. Ich hör auf. Oh. Er war einfach auf der Straße. Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Du auch jetzt. Komm her. Guck. Der nächste. Okay, warte, warte kurz, warte kurz. Jetzt aber. Daneben. Okay. Dann halt so. So. 59 HP. Werde ich es schaffen. Oh, hier ist einer. Irgendwas stimmt mit meinem Aim nicht. Irgendwas ist meine Maus kaputt. Das ist keine Ausrede. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, da ist ein Gegner. Ich muss... Warte mal ganz kurz. So, einmal kurz aussteigen. Warte. Concentration. Oh, ich bin der Beste. Mein Aim ist doch da. Oh mein Gott. Ja. Einer noch. Hä? Mein Aim ist zurück vom Urlaub aus Dubai. Ihr könnt sehen, ich habe immer noch 59 HP. Dinger, bei meinem Aim ist wie ein Wunschkonzert. Mal da, mal nicht, mal... Wer ist das denn hier? Es leben noch drei. Oh mein Gott. Es leben noch drei. Ich habe 59 HP. Ich darf mich nicht mehr heilen. Ich muss jetzt den epischen Sieg holen. Für das Live-Event. Für dich. Für mich. Für Fortnite. Das sind die... Hä? Oh. Komm her. Oh. Hä, wer schießt denn? Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Es wird ernst. Was willst du denn? Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich sage es euch ehrlich. Es connectet gerade nichts. Oh, der unten hat zugebaut. Der macht wohl ernst. Warte mal. Wir müssen uns anschließen. Oh, er heilt sich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf kein HP mehr verlieren. Sehr gut. Der letzte. Komm schon. Nein, 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 nein. Ich muss nachladen. Du stirbst jetzt. Okay. Schaffe ich es? Bitte, 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 bitte. Let's go. Ich habe es geschafft mit 59 HP. Die 60 Sekunden Sanduhr Challenge. Lass auf jeden Fall ein Like da. Wenn du dich auf das Live-Event freust. Abonnier gerne den Kanal. Teil das Video. Ich würde mich wirklich freuen. Einfach mit deinem besten Freund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hey, Grinch, wechselst. Du bist mein Lieblings-Soutuber, bitte. Hey, ich kann es gerade nicht glauben, warte. Bis zum nächsten Mal.